Guten Morgen, Toni! Ich hatte einen Traum. Wandern mit einem Esel. Oh, hallo! Oh Mist, wie kommen wir da jetzt aneinander? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich kann mit dem Esel nicht rückwärts gehen. Ohne Wandererfahrung sind wir einfach losgezogen. Nur Toni und ich. Von München über die Alpen bis ans Mittelmeer. Wir kannten den Weg nicht, wussten nicht, wie weit wir heute kommen oder wo wir übernachten würden. Es ist der absolute Traum. Ich stink bis zum Himmel und ich schwitze wie ein Schwein. Als mein Papa gestorben ist, habe ich gemerkt, wie schnell sich alles im Leben ändern kann. Und wenn ich einen Traum habe, ihn mir sofort erfüllen sollte. Nichts konnte uns aufhalten. Auch keine Angst. In der heutigen Zeit muss alles immer höher, schneller und weiter sein. Ich wollte das Gegenteil lernen. Langsamkeit. Das einfache Leben in der Natur ohne Luxus, Zeitdruck und Hektik genießen. Im Hier und Jetzt glücklich sein. Kommt mit auf die anstrengendste und gleichzeitig schönste Reise meines Lebens. Wandern Glück und lange Ohren. Und wenn das gemacht wird, dann lange Ohren-Kül helicopter geht. prov Karol gut�� daim. Eins und descobacia. Ab血 fel해 kennenz travem. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 0. Untertitelung des ZDF, 2020